Moin und willkommen bei EMPTV. Heute geht es um die Momente, die jeden Metalhead komplett zerstören. Wie immer bei diesen Videos, kleiner Disclaimer, es ist natürlich alles mit Humor zu nehmen. Bitte nicht in den Kommentaren ausrasten. Vielen Dank. Wenn ihr bei eurer nächsten EMP-Bestellung 15% sparen wollt, dann schickt auf jeden Fall mal diesen Gutscheincode aus. Oh ja! Und jetzt ab dafür. Hans-Rudolf, mach sofort dieses Geschrei aus und schmink dich gefälligstes weiß-schwarze Zeugs aus dem Gesicht. Oma kommt zu Besuch und die hat Kuchen gebacken. Das ist Corpse Paint. Außerdem habe ich doch gar keine Schminke drauf. Meine chöne Hans-Rudolf, deine Cheese-Wäste mit diesem Gekritzel drauf und den Aufsteckhänden. Die hat ja so gestunken, musste ich dreimal, musste ich die dreimal in die Wäsche packen, bis das mal rausgegangen ist. Du Hans-Rudolf, ich hab mal den alten Plotten-Spieler weggeschmissen, nech? Hör doch, ich kann ja mehr und den nimmt so viel Platz weg. Du Hans-Rudolf, ich hab dich für meinen Mann Friseur-Termin gemacht, nech? Hängt ja immer ins Gesicht rum, da mit die Haare. Sieht doch nicht aus. Hör? Du, mir ist das ganz egal, ob du Karten für irgendeinen Rammstein hast. Dein Onkel Herbert hat Geburtstag und der fahr mir auch hin. Du Hans-Rudolf, diesen EMP-Kaderluch, den hab ich mal abgestellt, ne? Du bestellst doch eh nur noch in diesem Internet. Du Hans-Rudolf, was hast du denn schon wieder so viele T-Shirts mit diesen Musik-Truppen drauf? Eins mit einem Totenkopf reicht doch. Und man kann auch eh nicht lesen, weil da draufsteht. Okay, Mama. Du Hans-Rudolf, du wolltest doch immer schon mal zu so einem Musik-Festival fahren, oder? Ja. Ja, wo die alle in den Zelten schlafen und die Musik läuft de ganze Zeit. Ja. Ja. Ich hab dir ein Zelt und eine Schlafsache gekauft. Die wirst du nämlich nächstes Jahr brauchen. Da hab ich ja ganz eine tolle Überraschung für dich. Ja. Ja? Was denn? Der Oberginther, der nimmt dich mit auf den Zeltplatz. Ja, sicher. Da ist dieses Jahr das erste Mal ein Zelt-Disco. Das wird klasse für dich. Das wird knoschig. Das wird super. Das ist das Klasse. Das ist das Knoll. Bis zum nächsten Mal.